Wir haben nach einer effizienten Behandlung gesucht für Makulopathie, die eine chronische Erkrankung ist, und sind auf der Tuati gestossen via die Firma Elex, die in Australien ist, und der Tuati Laser über 10 Jahre entwickelt hat. Und durch die 10 Jahre ist ein sehr gutes Produkt entstanden. Wir haben angefangen mit der Tuati Behandlung seit dem 1. Juli 2016 und wir haben insgesamt 160 Laserbehandlungen an Makulopathien gemacht. Die Resultate sind hervorragend. In über 80% der Patienten eine Stabilisierung, in 10% der Patienten eine Visuszunahme. Während der Behandlung, und das ist einzigartig bei der Tuati Behandlung, können wir die Laserherde nicht sehen. Wir sehen nur den Zielstrahl und können die Laserherde durch das am oberen und unteren Gefässbogen platzieren. Wir sehen die Laserherde nur Leuchten in der Autofluoreszenz. Das unterscheidet sich von anderen Laserern, wie z.B. Dioden oder Argon Laser. Die Laser sind im Nanosekundenbereich. Bisherige Laser haben eine viel längere Wirkungstauere. Zusammenarbeit mit der Firma Medikonsult ist sehr angenehm. Sie sind sehr kompetent mit der neuen Behandlung des Tuati. Und wir sind immer froh, wenn wir eine gute Unterstützung haben von der Firma Medikonsult. Die Patienten reagieren sehr gut auf die 2-RT-Behandlung. Wir haben eine Umfrage gemacht bei den Patienten. Und wir haben durchaus ein sehr positives ECHO. Ich bin sehr froh, dass wir auf der Tuati leiser gestossen sind, dass wir für den Patienten eine weitere Therapiemöglichkeit haben bei Makulopathie. Und ich kann diese Behandlung unbedingt weiterempfehlen.